Also Jens, Spieler des Spiels, vier Tore. Wie geht's dir? Was sagst du zum Spiel? Ja, sehr glücklich. Auch das erste Mal in der Saison, dass ich getroffen habe. Und dann gleich viermal ist natürlich schön, aber Mannschaftsleistung war super und hat jeder einzelne verdient heute. Also toll zusammengehalten, Torwart nach kalt, nach 40 Minuten reingekommen, guten Job gemacht. Ne, war super Teamleistung heute. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt haben wir nächste Woche spielfrei, werden uns gut auf die nächsten Spiele vorbereiten. Und genauso wieder anpacken, wie wir heute aufgehört haben. Gut Jens, danke.